Musik Rumänische Tierschützer fanden einen Hund am Straßenrand. Er bewegte sich nicht mehr. Sie vermuteten, dass das Rückgrat gebrochen war. In der Klinik wurde Timbo untersucht. Zum Glück hatte seine Wirbelsäule nichts abbekommen. Aber sein Becken war gebrochen. Doch schaut mal, wie es dem süßen Timbo jetzt geht. Musik 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 Timbo, ein echtes Glücksfällchen. Seine Heilung dauert noch ein wenig. Aber danach könnte er sich auf den Weg nach Deutschland machen. Musik Vielleicht ja zu dir. Musik 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 Musik